Ich sehe jetzt hier gerade YouTube von Dennis. Wird gestartet, Stream wird gestartet, Zustand, Grün, Dunahat. Leistung Chatliste, Inhalte werden empfangen. In wenigen Augenblicken wird dein Stream an den Zuschauer übertragen. Mach dich bereit. Noch ist keiner offen. Ich habe es zum Besser. Kommt jetzt bitte? Du kommst vier Sekunden verzögert im TS an. Okay. Jetzt ist er online. Jetzt live steht hier. Jetzt sehe ich dich live. Ich bin nicht mehr drin. Okay. Ich höre mich im TS bei dir. Nein. Ah, zurück zum Spiel. Ja, ich sehe alles. Mann, ist das ein vierkriegiges Gebäude hier. Ja, das ist gut. Eine Zeitversorgung von einer halben Minute oder so. Dennis gehauen gerade. Oh, da kommt jemand. Ja, ich kenne das eine übergebraten. Fliegst du gerade oder? Hättest du ja auch machen können. Fliegst du? Ja, er fliegt. Kannst du auch mal landen. Was steckt denn da? Eins von zwei oder eins von drei, Schatz? Oh, nix. Oder du gehst so kurz ins Twilight. Dann sieht Olli, wie du schläfst. Der guckt dir denn beim Schlafen zu. Oh, ein Bett, wo Dennis oben draufsteht. Wie süß. Soll ich Dennis einen überbraten, Olli? Ne, ich höre nur die anderen. Ja, das, was du mir jetzt sagst, das kommt mir eh nichts. Das sehe ich eher später. Ja, das, was du mir jetzt sagst, das kommt mir eh nichts. Also wenn Nettie das erklären würde, dann macht das mehr Sinn, weil die Stimme höre ich zumindest noch im Livestream. Lol. Na, Nettie Stimme höre ich ja im Livestream. Deine Stimme höre ich nicht. Ja, wahrscheinlich wegen TS. Ja, wahrscheinlich wegen TS. Ich muss aufpassen, dass ich mich dann nicht mit Absicht töte. Nicht. Weil es möglich ist. Vor allem bei mir ist es so beim Haus, dass man gar nicht erkennt, dass das ein Haus ist. Das ist eine helle, vier, äh, viereckige, das ist, äh, der Garten. Ich hab da auf den Karotten und Weizen wachsen. Was ist jetzt daran gut an dem Spiel? Hä? Nettie, was ist jetzt ein Schatzrecht im Garten? Also hat man auch geklopft, Menni. Alter. Man sieht mal, dass du Arschloch im aktiven Raum kommst. jetzt kam es an jetzt sehe ich ja dass das gemacht worden ist du hast meine ep da ist jemand gestorben jetzt ja wenn das nicht so verpixelt wäre es um einiges besser guck mal die blume aber wie gefällt dir jetzt die grafik mit dem texturpaket ja ist schon besser beim start wenn du minecraft das erste mal spielst da hast du ja nur so einen kleinen grassfleck da hauptsächlich das ist die vierte züchte 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 zu spielst du das ist der Mit einer viereckigen Nase. Du hast gerade ein Schaf getötet. Boah. Ich werde dich. Du hast doch getötet, oder? Und auf diesen Zauberseiten, wo ihr drauf, oder sind da auch irgendwelche Gegner oder so? Also gibt es keine Gegner, die jetzt auch was für mich machen können? Ich hoffe, ich habe die Fallschirm, ihr könnt. Die Fallschirm. Die Fallschirm. Das war nicht mir sehen. Olli, du siehst gleich, wie ich mich gerecht habe. Du bist gestorben. Ja, weil deine Sachen im Grab sind. Ja, da wo Nettias gesagt hat, da wirst du auch schon getroffen. Das war auch ein bisschen bösartig für mich. Du hast das richtig gerecht, Frau. Hat das geknallt? Olli, hat das ein bisschen geknallt? Oder ein bisschen mehr geknallt? Ein bisschen mehr. Möchtest du, was das war, schafft? Kannst du dich nicht als Wisp verkleiden? Nein. Wenn du noch nicht als Favorit gespeichert hast, dann Fragezeichen, glaube ich, ja. Eigentlich müsste ich dir gleich noch eine verpellen. Ein Slime ist auch nur ein Würfel bei euch. Oh, Mann. Oh, schluss, ich habe ein lautes Haus weggefetzt. Das läuft recht lustig, also ich stopp ab und zu mal ein kleines bisschen. Ich muss bloß mein Haus wieder entzünden. Ich sehe gerade das Grab von Lenders. Aus dem Grab ist gerade Füsse rausgekommen. Füsse? Ja. Warum? Ich muss kurz mein Haus löschen. Der will mit Kühe auf dich werfen, pass auf. Mit Kühe? Boah, wieso brenne ich denn jetzt? Lavastein, was hast du denn vor? Ja, ich habe gerade meine Bude zu löschen. Nein. Ich habe den Ender schon gesehen, den ich gerade erschlagen wollte. Ja, habe ich den gesehen. Ja. Ja, jetzt habe ich den. Ja, ich habe den. Entschuldigung. Mal sehen, wer das weiß. Guck mal, wie mein Haus aussieht. Frau Stolz. Mal sehen, wer das weiß. Ist das wirklich gut? Jetzt habe ich mich noch einmal verstanden. Nun sieht es. ... ... Genau, dann kannst du auch mal auf den Server raufgehen. Ich bring ja wahrscheinlich eh mein Naptop mit. Ja. Ob ich bis dahin noch die Idee dann da versehen, das Spiel mir noch zu holen. Ja, mach das, ich hab's ja gesehen. Vielen Dank dafür. Ich kann's verstehen, dass du ruckelfrei socken willst. ... ... ...